Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Heute geht es wieder um ein paar Updates und zwar bezüglich der Autos, die ich habe oder die wir haben. Und da wollte ich euch einfach mal auf den Laufenden halten, weil man von einigen Autos ja lange nichts mehr gesehen hat. Und zwar kommen wir da zuerst zum EO6. Also ihr wisst ja, ich hatte den ja vor zu schlachten oder ich habe auch relativ viele Teile ausgebaut. Und einige wenige davon auch schon verkauft. Allerdings hat sich jetzt die Möglichkeit gegeben, den nicht zu schlachten, also nicht von der Straße zu holen, sondern den wieder aufzubauen. Und ja, entsprechend wird das Ganze jetzt auch gemacht. Also das heißt, es kommt alles wieder rein und es kommt ein neuer Motor rein. Ihr wisst ja vielleicht, der EO6 hat normalerweise den D16Y7 mit 105 PS. Der wird jetzt ausgetauscht gegen einen D16Y8. Heißt also, B16 kommt raus, Y8 kommt rein. Der geht dann an Philipp. Der hat sich dazu entschieden, dieses Projekt zu kaufen und den kompletten Wagen so zu übernehmen, wie er ist. Beziehungsweise wenn er dann fertig ist und TÜV hat. Grund dafür ist unter anderem, dass seiner wahrscheinlich keinen TÜV mehr bekommt. Denn der hat sehr, sehr große Rostlöcher. Und wir haben das gegengerechnet. Im Endeffekt ist es dann günstiger, den EO6 fertig zu machen. Und entsprechend werden wir das auch tun. Übrigens, ein Garage 8 T-Shirt Prototyp ist das hier. Aber es gibt noch keinen offiziellen Merch, sondern wir haben einfach mal ein bisschen rum experimentiert. Und das ist dabei rumgekommen. Und falls ihr euch wundert, warum denn das Logo irgendwie so hier oben zu sehen ist. Dann wird es ein neues Auto geben ab sofort. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt. Ich bin eigentlich relativ zufrieden damit. Ich weiß noch nicht, ob ich es ändern werde. Das wird sich dann erst zeigen, wenn ich das wirklich hinter dem Video sehe und auch in der praktischen Anwendung sehe und sehen kann, wie das Ganze wirkt. Vielleicht wäre da eure Meinung auch sehr hilfreich. Also ich weiß, vielen hat das schon gefallen. Ja, dann gab es noch eine User-Frage und zwar die hier. Und zwar, wo ich meine Mugenlippe her habe und ob das Ganze TÜV hat. Die Mugenlippe habe ich gebraucht gekauft damals. Ich weiß aber, dass es die bei AKR gibt. Bei Fulka-Tuning aktuell leider nicht. TÜV hat die nicht. Das ist auch nicht verwunderlich. Das ist eine PU-Lippe. Das ist dieses Polyurethan, glaube ich. Das ist dieses extrem biegsame Material. Es gibt ein Materialgutachten dazu. Also nicht beim Kauf der Lippe, sondern im Netz gibt es PU-Gutachten durchaus. Und dann könnte man das Ganze über eine 21er-Eintragung eintragen. Allerdings, als ich mein Fahrwerk eintragen war, hat den TÜV die Lippe absolut nicht interessiert. Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil es dafür eh keine Papiere gibt und das weiß der gute Mann wahrscheinlich auch. Und zweitens, weil eine Original-Honda-Lippe ebenfalls keine Papiere hat. Und selbst die Original-Honda-Nummern sind da, wo man sie nicht sieht, wenn sie montiert ist. Heißt also, es macht keinen Unterschied. Ich wurde auch bislang noch nicht damit angehalten und selbst wenn, liegen die Fotos ja beim TÜV vor, dass das Fahrwerk samt Lippe abgenommen wurde. Ich denke mal, es sollte keine Probleme geben. Also wie gesagt, gibt es bei RKR. Kein TÜV. Müsste also selber entscheiden. So ist es halt nun mal. Dann geht es weiter im Text mit dem Fiat Punto. Ihr wisst ja, das ist unser Dauerprojekt gewesen irgendwie und die Daily die letzten paar Monate. Das Auto steht momentan zum Verkauf. Also wir haben uns dazu entschlossen, das Auto abzugeben. Im Juli wäre TÜV fällig gewesen. Das wäre nicht das Problem gewesen, das fertig zu machen, weil wirklich viel dran ist nicht. Und es hält sich auch im Rahmen. Also ich habe gesagt, mit wahrscheinlich 100 Euro plus TÜV wäre man wahrscheinlich wieder zwei Jahre bedient. Allerdings haben wir uns dazu entschlossen, ein neueres Auto zu kaufen und zwar ein Honda Jazz. Weil wir haben ja, ihr wisst ja, wir haben einen Mops und da haben wir gesagt, okay, das muss nicht sein, dass der Hund im Sommer ohne Klimaanlage im Auto mitfährt. Und da bringt ja auch die Kurbelfenster irgendwie nichts, wenn heiße Luft von außen nach innen kommt. Übrigens gibt es da noch ein abschließendes Statement zu. Ich bin nur untröslich. Bitte zeigt die Auto. Und natürlich noch ein paar abschließende Bilder vom Auto. Bitte schön. Ja, und damit natürlich auch direkt weiter zum neuen. Also es ist ein Honda Jazz GD1, 83 PS, Baujahr 2002. Und das ist das Auto. BASED ON THE FLOE BASED ON THE FLOE BASED ON THE FLOE Und jetzt wäre das Autothema zumindest auch geklärt. Also der EJ6 wird aufgebaut, der Ponto geht weg und der Jazz ist dafür gekommen. Heißt also, jetzt fährt meine bessere Hälfte auch endlich Honda. Yes. So, und da ist noch was gewesen. Und zwar gab es Post. Ja, das ist keine Fanpost, um Gottes Willen. Wie ihr seht, ich habe das Ganze auch schon mal aufgemacht, um zu gucken, ob da auch wirklich das drin ist, was ich bestellt habe. Was Basti mir vermittelt hat. Viele Grüße an dieser Stelle. Ja, du alter Schlawiner. Wir sehen uns ja morgen. Das ist ein Paket aus England. Und da ist folgendes drin. Und zwar ganz viel Folie. Nein, natürlich nicht. Also, da ist nicht nur Folie drin. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich wollte ein, oder ich will ein neues Lenkrad haben für den EJ9. Und das Ganze dann schön machen lassen. Heißt also, neu beledern lassen. Vielleicht ein bisschen dicker. Wobei ich weiß, bei dem Lenkrad, was ich gekauft habe, wird es nicht nötig sein. Vielleicht hier und da ein bisschen kleinere Akzente setzen. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß noch nicht, was ich genau mache. Auf jeden Fall gibt es neues Leder dafür. Das ist es. Das ist ein EP2 Lenkrad. Warum ein EP2 Lenkrad? Das ist ganz einfach. Die EK9 Lenkräder sind mir ganz einfach zu teuer. Und gleiches gilt für die S2000 Lenkräder. Das sind beide sehr, sehr schöne Alternativen. Allerdings, wenn ich jetzt hingehe und zum Beispiel das Lenkrad abflachen möchte oder sowas, da wäre es mir viel zu schade, 300 Euro für ein schlechtes Lenkrad auszugeben im Falle vom EK9 Lenkrad oder knapp 200 Euro auszugeben für ein S2000 Lenkrad. Und das dann, ja, ich sag mal so, nicht zu verunstalten, aber so nach meinen Wünschen anzupassen. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein anderes. Ich weiß es noch nicht. Also ich bin erstmal mit dem hier absolut zufrieden. Wie gesagt, da kommt neues Leder drauf. Weil, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt. Ja, so ein bisschen. Schön ist das nicht mehr so ganz. Ja, also da muss auf jeden Fall ein bisschen was dran getan werden. Allerdings war es sehr günstig. Also Basti hat mir einen sehr guten Kurs klar machen können, sag ich mal. Und das Ganze hat jetzt mit Versand 75 Euro gekostet. Zum Vergleich. Das ist das Lenkrad aus dem EJ6, dieses Alcantara Lenkrad. Ihr wisst ja, das Gleiche ist ungefähr im EJ9 drinne. Und das ist das EP2 Lenkrad. Ich habe es mal gemessen. Es sind knapp ein 3,5 cm Unterschied vom Durchmesser. Heißt also, es ist nicht unbedeutend kleiner. Es gibt auch jetzt schon demnächst ein separates Video vom Jazz. Also ich habe gestern die Zündkerzen am Jazz gewechselt. Habe entsprechend ein Video dazu gedreht. Und morgen, also heute ist Mittwoch, wenn das Video rauskommt. Und morgen geht es zu Basti am CRV-Schrauben. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht an die Szene vom Buchsen auspressen oder auskratzen, sage ich mal, vom Achsschenkel. Ansonsten hier oben ist wieder das Video verlinkt. Und das werden wir morgen auch nochmal machen. Allerdings bei einer eingebauten Achse, beziehungsweise bei eingebauten Achsschenkeln. Das wird sehr, sehr spannend. Ich werde euch heute auf jeden Fall mitnehmen. Ja, so dass ihr einfach auch seht, ob das Ganze nur im ausgebauten Zustand funktioniert oder auch im eingebauten Zustand. Und jetzt will ich gar nicht mehr viel quatschen. Ich würde sagen, das war es dann auch von meiner Seite. Also nur, dass ihr ein bisschen so up-to-date seid. Passiert immer mal wieder so ein bisschen was. Von daher, ich danke vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Lasst fleißig Support da. Däumchen, Däumchen, Däumchen. Ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.